Alex Zentrale und Alex Zuhl. Ja? Du, Gerhard. Einmal hätte ich dich noch stören. Ein 3-4-4-0-56er-Flustschutz hätte man nur auf Weihersburg. Und dann hätten wir es geschafft für heuer. Auch können wir machen. Du bist der Hund. Gut, danke. Fröhe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Fröhe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Bambück. Ich will euch fröhe Weihnachten. Und einen guten neues Jahr. Ich bin der Kurzi und da bin ich nachoim. Ich wünsche allen schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Und bleibt alle gesund. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich darf mich auch heuer bei all meinen Kunden für die Treue, für die vertrauensvolle und für die erfolgreiche Zusammenarbeit herzlich bedanken. Ein besonderer Gruß gilt meinen Mitarbeitern für einen unermüdlichen Einsatz in einem nicht ganz leichten Jahr. Meine volle Anerkennung. Ich wünsche uns allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein gutes neues Jahr und bleibt gesund. Danke. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Ja Leute, es ist wieder soweit. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr und was noch wichtiger ist, zum Flam. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Ich wünsche euch alle frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Bleibt gesund, bis nächstes Jahr. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Auch dieses Jahr möchte ich allen Freunden und Kunden vom Kieser Grauschöld ein schönes Weihnachtsfest wünschen und ein gesundes neues Jahr 2021. Ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Ich wünsche euch alle frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, dieses neue Jahr und bleibt gesund miteinander. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Hallo, das ist der Karl-Heinz. Ich wünsche allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis nächstes Jahr. Ich wünsche euch alle frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Also Servus. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. So, ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auch von mir frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. So, das war die letzte Fahrt. Wir wünschen euch jetzt frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Gesundheit. Vielleicht sehen wir uns das nächste Jahr wieder. War schön. glide mit. Wie was? Schön,분! Schön, wenn's? H